Ach, ja, O'Flaherty sind definitiv die blauen, okay. Da müssen wir alle Fähigkeiten gegen blau einsetzen. Da haben wir beide schon. Hier müssen wir nochmal eine Party schmeißen, sobald du aus dem Knast raus bist. Bomben haben wir gelegt, wir müssen aber nochmal hier ein bisschen was absaufen lassen. Da geben wir dir einfach mal einen Tarnmantel. Brauchen wir nur noch die Straßenparty vom Strip-Club? Wie lange denn... Ach, sehr schön, es geht. So, das machen wir dann mal direkt hier vor. Stimmt, wir müssen alle Fähigkeiten einsetzen. Das war, glaube ich, das Problem an der Sache. So, da läuft die Kacke über, sehr gut. So, warum will da jetzt keine mitfeiern? Ah, geht doch. So, wir müssen aber, glaube ich, noch einen Mieter entführen. Ich weiß nicht, ob wir das bei... Doch, hatten wir eigentlich schon hier bei dem gemacht, ne? So, jetzt müssen wir noch von blauen Polizisten abdenken. Und ich befürchte, wir haben keine andere Möglichkeit, als uns von ein paar Pylonen zu trennen. Das machen wir dann jetzt einfach mal. Solange der Rand von unserem Gebiet geschützt ist, ist es ja auch eigentlich egal. Wobei es mittlerweile eigentlich komplett egal ist, wenn ich ehrlich bin. So, wo haben wir noch einen Pylonen übrig? Ach, hier oben die Nummer, ne? Ja, komm, die können alle weg. Sehr schön, den schnappt sich blau ein. Perfekt. So, dann seid doch bitte so gut und lenkt mal bitte den Polizisten ab. Haben wir noch irgendwo? Pylonen stehen da oben, ne? Genau, der, der kann auch weg. So, der wurde erfolgreich abgelenkt, sehr gut. Tja, was haben wir denn jetzt noch nicht eingesetzt? Eigentlich nur... ...ein Tarnmantel, ne? Wenn du so weiter machst, wirst du vielleicht der nächste Don. Sehr gut, ihr Lieben, damit speichere ich nochmal ganz schnell. Denn es dürfte jetzt auf das große Finale zugehen. Alle umbringen, soll Gott sie aussortieren, heißt die Devise. Hallo, wird erledigt! Wir fangen direkt hier an. Wir fangen direkt hier an. Oh, wird gemacht, wird gemacht, wird gemacht. Wird gemacht. Wird gemacht, wird gemacht, wird gemacht. Klaro, wird gemacht. Es ist gemacht, wird erledigt. Ach, was bist du denn da? Dich wollte ich da doch gar nicht haben. So, das reicht jetzt erstmal. Wir warten, bis die Bullerei da weg ist. Haben wir noch einen Gangster? Nee, noch kein neuer da. Machen wir hier mal eben fertig. Sehr gut, alles in die Luft springen. Wird erledigt. Alles klar, wird gemacht. Wird erledigt. Wird gemacht. Das ist jetzt natürlich der Nachteil, dass wir hier gesagt haben, wir stellen die Pylonen zurück. Sollten wir grundsätzlich vielleicht nochmal überdenken. So, erstmal alles so runterballern, einen nach dem anderen. Oh, da ist ja der Polizist. Das ist, äh, schlecht. Wird erledigt. Gehen wir es da. Wird gemacht. Wird erledigt. Alles klar. Wird gemacht. Wird erledigt. Nein, oh Gott. Ich hab, ich wollte gerade sagen, lass das jetzt nicht passieren. Ach du Scheiße. Jetzt sind alle bei den Gangster weg. Ja, schön. Oh Gott. Ja, super. Läuft ja bei mir. Der Scheiße, ey. Oh Mann, ich hatte so viele Gangster und jetzt hab ich die alle weg. Aber Gott sei Dank kriegen ja alle neuen Gangster jetzt bei uns direkt Schroffinden. So, sehr schön. Damit sind alle von Rot weg und damit hätten wir auch gleich Rot besiegt. Ja, ist mir das egal, dass ich so viele Gangster gerade verloren hab. Alles klar hier. Ramm, so. Rotes Team wurde zerstört. Nice. Das lassen wir jetzt einfach mal abfackeln. Ist mir gerade ziemlich egal. Äh, so. Bei Gelb würde ich sagen, verfahren wir genauso. So, wir greifen einfach das Hauptquartier an und bringen da alle um. Leider aus den Hundi. Es tut mir sehr leid, mein Lieber. Wird erledigt. Bei dir reicht es nämlich schon für einen Mg. Bei dir nicht. Ganz wohl. Bei dir auch nicht. Schade. So, einmal schnell zurück, bitte. Denn wir werden jetzt parallel somit blau verfahren. Ballern wir uns hier sehr schön einmal durch. Es ist mir egal, ob einen bei mir eine Party steigen lässt. Es ist hier gerade eine viel größere Party steigen. Das muss dann jetzt erstmal reichen. Wie schaut's hier aus? Da sind noch ein paar. Gut, wir können aber hier schon mal ein bisschen was umbringen. Das fände ich, glaube ich, nicht verkehrt. Hey, Typ! Hey, Typ! Alles klar! In hier! Alles klar! So. Alles klar! Dann provozieren wir hier Gelb noch ein bisschen, damit wir da seine Einheiten schon mal ranlocken können. Na gut, der lässt sich gerade nicht locken. Wird gemacht! Alles klar! Da ist noch zu viel los. Wie schaut's denn mal Gelb aus? Bei Gap ist alles weg. Sehr gut. Alles klar! Wird erledigt! Können wir da wieder loslegen mit Rambazamba? Ein Snake, Typ! Wird gemacht! Super, ich erwisch den einzigen, der schon MG hat. Wird gemacht! Was ist los? Wird gemacht! In ganz Ohr! Sehr gut! Ja, aus Sie! Wird gemacht! Alles klar! So, da sind jetzt auch wieder alle weg. Sehr gut. Wird erledigt! Könnt ihr da direkt wieder loslegen. Alles klar, hey Typ! Eine halbe Million ansteuern. Ja, scheiß die Wand an. Aus Sie! Wird gemacht! Wird gemacht! Aus Sie! Aus Sie! Wird gemacht! Aus Sie! Aus Sie! Aus Sie! Aus Sie! Hey Typ! Hey Typ! Hört der Lied ist klar! So, mal gucken, ob wir nicht alle schnell noch umgebracht gingen, bevor die erste Bullerei kommt. Aus Sie! Wird gemacht! Ja, sehr schön. Gehen Sie! Alles klar! Und dann einmal schnell wieder zurück. Warum habe ich denn hier keinen... Achso, ich habe mich nicht um die Probleme gekümmert. Gut, ist mir egal. Ich will hier fertig werden. Wird erledigt! So, noch kam kein neuer Gangster dazu. Aber, 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 aber. Wenn jetzt doch mal doch eben hier... Ah ne, die Party ist schon vorbei. Sehr gut. So, du produzierst auch mal bitte einen Gangster. Oder zwei. Wo sind unsere im Krankenhaus, ne? Jawohl! Platzieren uns schon mal in der Nähe. Weil wir könnten auch einfach mal ein bisschen weiter weg schon mal Leute umbringen. Alles klar! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Wird gemacht! So, weiter geht unsere Butterfahrt. Na, schauen wir es. Oder brauchen wir noch eine Rutsche? Ja, schnell weg. So, ich glaube aber jetzt können wir hier getrost weitermachen. Da wird uns jetzt keiner mehr stören. So, damit hätten wir blau zerstört. Bam! Sehr gut. Wir haben einen weiteren Gangster. Das finde ich super. Und im Schnelldurchlauf machen wir jetzt auch gelb platt. Sehr gut. Bam! Zerstört! Die Stadt ist nun in deinem Besitz und du hast alles getan, was von dir verlangt wurde. Der Don und seine Familie zollen dir hohen Respekt. Möge deine Brieftasche immer gefüllt und deine Pistole immer geladen sein. Und mögest du mit niedrigen Steuern und vielen Kindern gesegnet sein. Die Familie wird dich in Erinnerung behalten und deine Dienste bald in Anspruch nehmen. Also bleib in der Stadt und warte auf ihren Anruf. Sehr schön, ihr Lieben. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind durch. Ja, ihr Lieben, das war's. Wir sind durch mit Street Wars. Und ja, am Ende, wie immer, mein kleines Fazit. Ich fand, es war einfach mal wunderschön, dieses Spiel wieder zu spielen. Herrlich, trashiger Humor. Die Kommentare waren lustig. Und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir zum Kauf. Gibt's bei GOG.com. Soll jetzt keine Werbung sein. Und wenn doch, Achtung, Werbung. Nein, ich krieg da nichts für. Nur, dass das klar ist. Ich find's einfach ein geiles Spiel. Also, es hat mir irre Spaß gemacht, wie gesagt. Und ich kann's jedem wärmstens empfehlen. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch auch so sehr gefallen wie mir. Könnt mir gerne einen Kommentar, ein Like da lassen. Abo natürlich auch sehr, sehr gerne. Und ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Projekt. Ihr Lieben, bis dahin. Tschüss, Sikowski.